Ja, hallo Freunde und ganz ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk und heute geht es um das Thema CitizenCon. Genauer gesagt, was erwartet uns möglicherweise, voraussichtlich, so CitizenCon 2953, also dieses Jahr, also am 21. und 22. Oktober, also in ziemlich genau zwei Wochen. Was kommt auf uns zu? Darüber möchte ich heute mit euch mal sprechen und versuchen, ein Bild zu zeichnen mit Hilfe der Roadmap und mit Hilfe von Dingen, die wir schon wissen und mit Dingen, die CRG so in diversen Posts geschrieben hat und, naja, an diversen Stellen erwähnt hat, um mal zu gucken, was da wohl kommt. Also, lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen Themen interessiert und kommt gerne heute in den Stream. Nur kurzer Hinweis, wir ziehen heute unser Spirit-Giveaway, Spirit nach Wahl mit LTE und Game Package und Cutter und so weiter. Und heute gibt es unseren Citizen Showdown, also schlag den Knebel, unser großes, unser größtes Event, was wir haben, mit einem Preisgeld von 300 Euro für denjenigen, der gegen mich antritt und vielleicht gewinnt. Schauen wir mal. Ich freue mich schon sehr drauf, bin sehr, sehr gespannt. 17 Uhr geht's los und Link ist unten im angepinnten Kommentar. So. Ja, CitizenCon. Ich will mal, bevor wir jetzt hier einsteigen, zwei Sachen vorab sagen. Erstens, ein kleines Disclaimer. Das ist natürlich jetzt keine Preview. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich in einem Let's Talk mich hier hinsetze und euch jetzt konkret sage, was CRG machen wird. Weil ich bin nicht Gott. Und ich bin auch nicht CRG. Keiner weiß es. Das ist es Stand heute. Keiner weiß, was konkret kommt. Wir haben diesen Pocket Guide. Wenn ich nicht vergesse, verlinke ich euch hier unten auch nochmal im angepinnten Kommentar. Und da ist hier, äh, ja, es ist ein bisschen verwurschtelt. Ich mach's mal wieder auf Englisch zurück. Den Event Schedule, äh, die Event Map und so weiter. Und da steht hier noch drin, Coming Soon. Äh, das heißt, was sie wirklich machen werden, das wird uns erst noch veröffentlicht. Das heißt, es ist heute eine Art Pre, äh, ja, Pre-Preview. Ein, äh, ein bisschen Rätseln sozusagen nach der Wahrheit, die dann erst kommen wird. So, das ist das eine. Und das andere, was mindestens genauso wichtig ist, ist die Sache, wir müssen bei allem, was CRG plant, was CRG irgendwie ankündigt und so weiter, immer im Hinterkopf haben, dass man es nicht überhypen soll, aber auch nicht schlechtreden soll. Also ich möchte hier in diesem Let's Talk versuchen, möglichst ehrlich, bin ja sowieso immer, aber auch möglichst, ja, möglichst, ähm, sachlich zu bleiben. Es wird also jetzt kein, äh, überschwängliches Lob preisen, aber es wird auch kein Hate gegen das CitizenCon, sondern eben genau in der Mitte. Da möchte ich mich jetzt hier heute mal verorten. So. Wann das hier kommt, das wissen wir noch nicht. Ne, ganz wichtig, ich denke mal nächste Woche, eine Woche vorher, macht ja Sinn, mal zu sagen, was eigentlich nun geplant ist. Wir können hier aber an dem Bildchen zumindest mal eine Sache ablesen, denn das ist das Pyro-System. In beiden Fällen. Und insofern, äh, ja, das liegt natürlich auf der Hand, das, was mit Pyro kommt, aber das kann man schon an dieses Bildes zumindest sehen. Das Zweite, was wir wissen, ist, das Event geht zwei Tage, ne, 21. und 22. Oktober, äh, das Wochenende, das übernächste. Und zwei Tage, sie schreiben hier in diesen Post, warum sie es machen, naja, um mehr Zeit zu haben und dass man nicht so hetzen muss und so weiter und so fort. Aber es hat sicherlich noch weitere Gründe, warum man hier zwei Tage das Event plant. Und das Dritte, was noch wichtig ist vielleicht, das Ganze ist ein Los Angeles, äh, das heißt, wenn ihr hinfliegt, bedenkt bitte da irgendwelche Reisebeschränkungen und so weiter. Gibt hier unten so ein großes FAQ, da steht jetzt nichts Spezielles zum Inhalt der CitizenCon drin, sondern eher, äh, ja, Restriktionen und Cosplay-Fragen, was man mitbringen darf und so weiter. Also wenn ihr hingeht, lest euch bitte unbedingt durch. Wir werden das ganze Event live streamen, werden das restreamen, wir haben deutsche Untertitel mit dabei, wir haben mehrere Giveaways, wie immer bei der CitizenCon, auch für beide Tage. Wir haben zum Beispiel eine Polaris mit LTI und auch vieles mehr. Wir werden alles, möglichst alles, auf Deutsch übersetzen und zusammenfassen und einschätzen und einordnen. Wir haben auch einen Mod von uns vor Ort, der Leber Arx, Grüße gehen raus, der fliegt hin, wird für uns von dort rein streamen in den Stream. Das heißt, wir haben also auch Background-Sachen, wir haben quasi Einblicke in die Messe direkt vor Ort und so weiter. Also, ihr kriegt alles mit, ist gar kein Problem. Also wer nicht hin kann, muss sich keine Sorgen machen. Wir versuchen maximal alles, was es dort gibt, darzustellen und entsprechend uns anzugucken und auch in Deutsch. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. So, äh, gut, jetzt reden wir mal drüber, was uns wohl erwarten könnte. Das beste Werkzeug dafür ist natürlich die Roadmap, die habe ich mal oft gemacht. Und, naja, technisch gesehen, gehen wir in die Deliverables rein, technisch gesehen ist alles, was quasi jetzt noch nicht fertig ist, im Grunde genommen fast egal. Äh, beziehungsweise mit fertig, und das ist nochmal wichtig, wir müssen unterscheiden, der Progress Tracker sagt uns niemals, wann irgendwas fertig ist. Sondern er sagt uns, woran sie arbeiten und bis wann diese Arbeiten geplant sind. Was fertig ist, das steht in der Release View. Wir haben aber noch keine Release View für den kommenden Patch. 4.0, 3.22, wir wissen es nicht, ist noch gar nichts da. Wir wissen nur von 3.21, dazu habe ich ja schon alles gesagt. Das heißt, wir müssen also so ein bisschen versuchen einzuschätzen, was sie jetzt hier davon bei der CitizenCon liefern. Wir werden also uns jetzt gleich da reinbegeben und so ein bisschen gucken, was haben sie letztes Jahr gemacht, worauf können sie aufbauen, was ergibt Sinn, was könnte in der 4.0 drin sein, in der ersten 4.0, Richtung Server Meshing und so weiter und so fort. Und was nicht. So, der nächste Schritt erstmal ist jetzt in der realen Welt, also was die Server betrifft, zu sagen, sie wollen den Replication Layer von den Shards trennen. Diese Trennung vom Replication Layer erlaubt das Server Meshing insgesamt. Das heißt, das ist sozusagen die letzte große Hürde, bevor das Server Meshing und damit auch 4.0 und Pyro online gehen können. Das haben wir Stand heute noch nicht. Das kommt aber noch im Laufe dieses Jahres, ist es geplant, mit der 3.21.x das zu liefern. Und dann erst könnte eine 4.0 kommen. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass die 4.0 live noch dieses Jahr kommt. Es ist aber durchaus wahrscheinlich, dass die 4.0 in der PTU-Version, zum Beispiel Evocati oder sogar eine ganz frühe Wave 1 oder ein Server Meshing Stress Test in irgendeiner Form, online geht, noch in diesem Jahr. So, irgendwann im Dezember. Das kann sein, das muss nicht sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Es kommt wirklich darauf an, wie gut sie mit dieser ganzen technischen Sache jetzt vorankommen, wie gut diese Trennung vom Replication Layer funktioniert und, und, und. Das Schöne am Replication Layer und an der Trennung ist, dass damit, wenn es dann funktioniert, die 30 Ks, das Rausfahren aus dem Server, quasi erledigt sind. Wir bleiben im Spiel drin, wenn der Server abschmiert, die Replikation, die, ja, die hält uns quasi in der Spielwelt und wartet dann darauf, dass ein neuer Server an den Start geht und dann geht es einfach weiter. Das ist also direkt ein messbarer Vorteil für uns alle, wenn es dann damit irgendwann mal so weit ist. Wie gesagt, ich denke mal, das kommt nach der CitizenCon erst. Mit diesen Informationen kann man auf jeden Fall einiges anfangen und wir können daraus ableiten, wie CRG jetzt weiter vorangeht. So, gucken wir mal, was also eine Rolle spielen könnte. Wir gehen jetzt mal von oben nach unten durch und ich versuche es so ein bisschen einzuschätzen. Das erste ist hier Acta-Status Tier 2. Hier geht es darum, dass NPCs zum Beispiel Hygiene haben oder auch vielleicht das Klo benutzen und dass wir generell mehr Status-Fähigkeiten haben. Wir haben aktuell Sauerstoff, Hunger, Durst, Verletzungen. Das ist quasi eine Erweiterung von dem, was schon da ist. Gebraucht wird es für beide Spiele, also für Star Citizen und für Squad and Fallout 2. Und wir wissen, dass Sachen, die für Squad and Fallout 2 relevant sind, Priorität haben. Das Acta-Feature-Team arbeitet daran seit 30 Wochen. Wir wissen jetzt nicht genau, wie lange noch weiter daran gearbeitet wird, aber das ist schon mal ganz gut. Und es kann sein, dass dieses Acta-Status Tier 2 eine Rolle spielt bei einer Gameplay-Demo auf der CitizenCon. Ich komme gleich nochmal auf diese Gameplay-Demo zu sprechen. Warum Squad and Fallout 2 so wichtig ist, will ich hier auch nochmal direkt vorwegnehmen. Und dann, Squad and Fallout 2 ist jetzt seit Monaten aus dem Shop raus. Man kann es nicht kaufen, wir wissen nicht warum. Es gibt zwar einige Theorien, aber es weiß wirklich keiner. Meine Theorie ist, dass sie mit Squad and Fallout 2 sehr, sehr weit sind. Chris Roberts hat in diesem Brief, also in diesem Brief, den ich in diesem Kommentar, den er geschrieben hat, klar gemacht, dass sie aus seiner Sicht jedenfalls bei Squad and Fallout 2 an einem Wendepunkt sind. An einem Wendepunkt, wo jetzt mehr Ressourcen wieder zurück in Star Citizen fließen können. Wo mehr Arbeiten, die für Squad and Fallout 2 fertig sind, in Star Citizen kommen können. Und insofern ist es also hier durchaus denkbar. Das Spannende an der Sache ist, wenn das stimmt, dann bedeutet das auch, dass sie bei Squad and Fallout 2 ja nicht Feature-Complete sind, aber sehr, sehr weit sind, was die Features betrifft. Weil sie entwickeln ja ein Feature für Squad and Fallout 2 und wenn das fertig ist und funktioniert und dem generellen Gedanken, wie es sein soll, entspricht, dann kommt es in Star Citizen rein. Das heißt, die Fertigstellung von Squad and Fallout 2 ist ein essentieller Bestandteil der Citizen-Con in diesem Jahr. Davon bin ich zumindest sehr fest überzeugt und meine Theorie ist daher folgende. Ich glaube, dass wir einen Vorverkauf erleben werden von Squad and Fallout 2. Das heißt, sie werden also uns einen großen Vertical Slice, eine Gameplay-Demo zeigen, so ähnlich wie schon damals 2016 und werden dann einen Pre-Sale starten, einen offiziellen Pre-Sale mit einem Liefertermin Ende 2024, Ende 2025. Man weiß es natürlich nicht, aber wo sie dann sagen, wir verkaufen euch die normale Version jetzt wieder, zum Beispiel für 60 Euro oder 70 Euro, keine Ahnung, wir verkaufen euch eine Premium Edition und eine Collectors Edition oder sowas. Das ist ja gang und gäbe in der Gaming-Branche und das werden sie wahrscheinlich auch so machen. Das kann eben sein, dass die Besitzer von Squad and Fallout 2, die es schon gekauft haben, die haben dann automatisch eben die Standard Edition und können upgraden auf die Collectors oder auf die Premium Edition, was auch immer. Das kennen wir auch schon, das haben sie schon mal gemacht, nämlich damals bei der Carrack. Wenn ihr euch erinnert, da gab es diese Upgrades auf die Expedition Carrack und so ähnlich können sie es hier auch lösen. Werden wir mal schauen. Ein weiterer Hinweis, dass das tatsächlich bevorsteht, ist der 10.10.2023, also nächsten Dienstag. Denn da kommt wohl die F8 Lightning Flight Ready ins Spiel. Wird gemunkelt, man weiß es nicht. Wir haben eine E-Mail bekommen, wo die F8 Lightning als 3D-Bild abgezeichnet war und mit Verweis eben auf den 10.10. Werden wir übrigens auch streamen, kommt dann auf jeden Fall mit rein. Ich gucke mir das dann an, mal schauen, was sie da machen. Ich bin ganz aufgeregt und freue mich drauf. Ich kann es euch aber noch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ein guter Hinweis darauf. Und viel mehr möchte ich zu Squadron Fallout 2 heute in dem Video auch gar nicht sagen, weil das ist dann doch zu spekulativ. Selbst für meinen Geschmack. Wir werden das sehen. Aber sie hatten mal gesagt, sie wollen 2025 mit Squadron Fallout 2 sehr fertig sein oder sogar das schon draußen haben. Das würde ja passen. Vom Zeitpunkt her, wenn sie Ende 2025 Squadron Fallout 2 tatsächlich releasen könnten, mal schauen, dann wäre es durchaus sinnvoll, den Vorverkauf jetzt zu starten und auch Squadron Fallout 2 wieder in den Shop reinzubringen. Zumindest wäre das denkbar. Gut. Jetzt kommen wir wieder zurück zu Star Citizen. Wenn alles andere zu Squadron Fallout 2, werden wir dann sehen. Wie gesagt, Gameplay-Demo, Vertical Slice. Schauen wir dann, ob wir da sitzen können. So, weitere Settlements, also Siedlungen, die sie bauen, das ist was für Pyro und für dieses Raster-Tool. Da werden wir mal schauen, ob da irgendwas eine Rolle spielt. Das ist hier geplant bis Ende Dezember. Da arbeiten zwei Teams dran. EU-Sandbox-Team und das MTL-Sandbox-Team, also Montreal-Sandbox-Team. Das ist so ein laufender Prozess. 50 Wochen, schon über ein Jahr, wo sie einfach mehr Locations bauen. Das ist jetzt, glaube ich, nichts allzu Relevantes. So, gehen wir ein bisschen weiter und gucken uns hier mal an. Warte, ich suche hier was ganz Bestimmtes raus. Genau, hier. Bounty Hunter V2. Das ist seit 100 Wochen in Arbeit und wir wissen, dass sie schon Experimente gemacht haben damit im PTU. Und auch auf dem Live. Sie haben die KI stark geupdatet. Die KI ist zu einigen Sachen mehr in der Lage. Und mir wurde sogar gesagt, ich habe es selber leider nicht erlebt, aber mir wurde schon mitgeteilt, dass eine reguläre Bounty-Mission anders abgelaufen ist als sonst. Auf dem PTU von Alpha 3.20 war das schon. Nämlich, der NPC hat die Waffe weggeworfen. Und hat sich ergeben, es gab dann keine Option, mit dem zu interagieren. Aber es kann sein, dass sie da was getestet haben und das Bounty Hunter V2 als Feature in einer Gameplay-Demo darstellen könnten von Pyro. Oder auch von Stanton. Das werden wir dann sehen. Es können ja auch mehrere Gameplay-Demos geben. Aber eben, das ist ein Content, der sollte ja eigentlich sogar schon da sein. Der fehlt noch. Und es wäre cool, wenn er auch geliefert wird dieses Jahr. Das Problem ist, der ist nur für Star Citizen und nicht für Squadron 4.2. Daher geringere Prio, aber es arbeiten sieben Teams daran seit bald zwei Jahren. Ja, ihr seht es, wenn ich zurückgehe. Das ist sehr, sehr weit und könnte tatsächlich dann eben Ende des Jahres geliefert werden in einer potenziellen 4.0 oder einer potenziellen Alpha 3.22, die sie als Zwischenlösung noch machen vor 4.0. Aber darauf komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Ein weiterer Punkt ist Building Interiors. Das ist interessant, denn da haben sie ja schon letztes Jahr bei der CitizenCon was gezeigt. Sie wollen ja gerne die Gebäude in den Städten ausbauen. Das ist seit 148 Wochen, also seit bald drei Jahren in der Mache. Und ist ein ganz, ganz großes Ding, wo mehrere Teams von arbeiten, die Begehbarkeit der Gebäude in Städten, in Landezonen komplett zu bewerkstelligen. Also voll begehbare Städte zu bauen. Da könnte es also eine Gameplay-Demo geben auf der CitizenCon, durchaus denkbar. Wo sie genau das hier aufgreifen und auch das Lawville Rework vom letzten Jahr aufgreifen und zeigen, dann guckt mal hier, wir haben jetzt da folgendes gemacht. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, würde auch Sinn ergeben. Dann kommen wir an die ganzen Kapitel von Squadron 4.2. Und ihr seht, die sind alle hier quasi bis, ja, ziemlich genau bis zur CitizenCon geplant. Einige sind schon eher fertig. Also fertig, in Anführungsstrichen immer. Ja, und da gibt es eigentlich nichts, was länger geht. Was nicht heißt, dass es natürlich noch verlängert wird. Aber bis dahin ist es erstmal geplant. Deswegen auch diese Gameplay-Demo und würdige Slice-Geschichte von Squadron 4.2. Auch der Charakter-Editor und die Charakterarbeiten, die hier gemacht werden für Squadron 4.2. Ihr seht es, da ist unheimlich viel in Arbeit seit sehr langer Zeit. Da fließen sehr viele Ressourcen rein. Richtig viele Teams arbeiten daran. Und wollen eben, ja, eine möglichst gute Charaktererstellung haben. Und Charakter, ja, Line-Up haben. Auch NPCs und vieles, vieles mehr. Was eben auch nochmal auf diese Squadron 4.2 Gameplay-Demo hinweist. Je nachdem, wie weit sie damit wirklich sind. So, dann kommt erstmal lange Zeit nichts. Und das nächste wäre jetzt hier Cutting Tier 2. Erinnert ihr euch noch an die CitizenCon 2019? Wo wir diese Microtech-Demo hatten. Und man dort gecuttet hat durch so einen Gang irgendwie. Bei so einem Labor war das, glaube ich. So eine Stealth-Mission. Genau das könnte hier eine Rolle spielen. Und würde wunderbar passen zum neuen Bounty Hunter-System. Weil das Cutting Tier 2 würde erlauben, dass wir uns in Locations neue Gänge schneiden können. Durch Lüftung ins Rohrklettern. Stealth-Gameplay machen. Und der Spaß ist ja, wir haben ja bereits Stealth-Gameplay im Spiel. In der ganz ersten, geringen Form. Wenn wir nämlich schleichen, dann sind wir leiser. Wenn wir kriechen, sind wir noch leiser. Und die NPCs reagieren darauf. Tatsächlich haben wir schon getestet. Die KI hat die Wahrnehmungsfunktion aktiv. Zu Testzwecken vor allem. Das heißt, macht durchaus Sinn, dass man das Ganze hier nun erweitert. Es würde also jetzt gegen nichts sprechen, was aktuell schon läuft. Und sie brauchen es auch für Squad and Fight 2. Also es kann sein, dass das in irgendeiner Gameplay-Demo ebenfalls eine Rolle spielt. So, nächster Punkt. Ist sie auch weiter unten? Warte, warte, warte. Da muss ich ein bisschen scrollen. Hier, Feuer. Die Feuergefahr ist seit 126 Wochen in Arbeit und ist seit Ende August nicht abgeschlossen. Aber wurde jetzt nicht weiter geplant. Es kann sein, dass das Thema durch ist soweit. Das ist auch Teil von dem Ressourcen-Management. Dazu komme ich nachher nochmal. Auch der Feuerlöscher wurde schon gemacht. Das heißt, dieses ganze Feuer-Gameplay, das dynamische Feuer und das Ressourcen-Management, könnte eben auch Teil einer Gameplay-Demo sein, wo sie eben das zeigen, das neue Schadenssystem, das Ingenieurs-Gameplay, wo ich auch gleich nochmal drauf komme und so weiter. Man muss immer überlegen, die werden ja mehrere Panels haben, also vielleicht fünf Stück an dem einen Tag, fünf an dem anderen Tag und dann haben sie vielleicht ein Panel für dieses Schadenssystem, für das Malstrom-System und so weiter. So, EV-ETA 2 habe ich fast überscrollt. Der ist seit Ende März schon in Anführungsstrichen fertig, jedenfalls für Squadron. Und es kann sein, dass das dann auch mal hier eine größere Rolle spielt. Letztes Jahr wurde es ja nur so kurz erwähnt, am Ende von der CitizenCon, von Chris Roberts, in seinem großen Monolog. Das war schon ziemlich cool, bisher haben wir aber nichts davon im Spiel. Und sie haben immerhin jetzt den bestehenden EVA nochmal gepolisht. Und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass es noch länger dauert. Das könnte aber auch ein Hinweis darauf sein, dass das Polishes sind, die sie eh machen mussten und können dann bald ein EVA-ETA 2 liefern und das in einer Gameplay-Demo ebenfalls zeigen. Was ich mir vorstellen kann, generell zur Gameplay-Demo ist, dass sie eine Pyro-Gameplay-Demo machen. Pyro, komme ich gleich nochmal. Und dort verschiedene Missionen spielen, Verschiedenes zeigen und eben auch eine Weltraummission zeigen, wo sie diesen neuen EVA-ETA 2 benutzen. Vielleicht sogar Stealth-Gameplay dort machen, wo sie dann das Cutting benutzen und mit dieser Geräuschgeschichte und den neuen KI und so das alles in eine Gameplay-Demo reinpacken als eine große Stealth-Mission. Das wäre denkbar. Es ist natürlich immer dann die Frage, ob das auch dann wirklich geliefert wird demnächst. Aber ihr wisst, was ich meine. Das wäre eine denkbare und sinnvoll aufeinander aufbauende Gameplay-Demo. So, dann haben wir die Frachtaufzüge. Die sind bis Dezember geplant. Ich weiß nicht, ob die eine Rolle spielen. Ich glaube, eher weniger, weil da haben wir schon das Inside Star Citizen von gehabt. Ich denke, das wird jetzt keine große Rolle spielen. Es kann sein, dass sie davon auch was zeigen in der Demo. Aber ich denke, das ist eher so ein Randding, das ganze Frachtthema. Ich glaube, das werden sie nicht allzu wichtig nehmen. Das wird man dann sehen. So, dann haben wir weiter unten, muss ich kurz mal schauen, wo das hier ist. Hier, natürlich die Jump Points. Es ist natürlich kein Zufall, dass die Jump Points jetzt in Alpha 321 drin sind. Die braucht man ja für Pyro. Es sind exakt die, die wir auch schon letztes Jahr gesehen haben. Mit ein paar kleinen Erinnerungen bei der Reise von Jax McClellan ins Pyro-System und so weiter. Das ist alles bekannt. Die Frage lautet, wie weit werden sie gehen? Mit diesen Jump Points. Jetzt schon. Die Sterntore fehlen noch. Wir können auch nicht nach Pyro gehen. Das Interessante ist, wir haben eine Aussage von CRG, die so ein bisschen in die Richtung deutet. Und zwar keine Marketing-Aussage, sondern eine Entwickler-Aussage. Und da ging es darum, dass sie gesagt haben, dass aktuell die Jump Points noch nicht funktionieren und sich deswegen für uns als Spiel noch nichts ändert. Das klingt so, als würde sich aber bald was ändern. Das kann man so und so verstehen. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall kein Zufall. Und Pyro ist schon lange in der Arbeit. Pyro ist, ich würde sagen, weitestgehend fertiggestellt. Und insofern gehe ich aktuell davon aus, dass sie Pyro eben kommentiert zeigen, dass sie die Jump Points richtig im Spiel benutzen, wie sie jetzt auch da sind. Und das alles aufgreifen, mit dem Sterntor durchfliegen. Und dann eben auch Teil von dieser Pyro-Gameplay-Demo sein wird. Lebenserhaltungssysteme sind auch schon sehr, sehr weit. Die sind Teil von diesem Ressourcen-Netzwerk- und Ingenieurs-Gameplay und auch dem Feuersystem, was ich vorhin angesprochen habe. Das heißt, das ist für meine Begriffe jedenfalls Teil einer anderen Demo. Nämlich nicht der Pyro-Gameplay-Demo, sondern dieser Ingenieurs-Gameplay-Demo, sage ich mal. Das sind also zwei verschiedene Panels, die ich da aktuell erwarte. So, dann haben wir hier unten die Map, die Star-Map und das Radar-Rework. FPS-Scanning ist da auch ein Teil davon. Das haben sie letztes Jahr schon mal gezeigt. In der Urfassung, in der ganz kleinen ersten Version sozusagen. Das, also da gehe ich sehr, sehr, sehr stark von aus. Und ich glaube auch, dass sie uns die Star-Map, die neue Star-Map endlich vorstellen werden auf der Citizen-Con. Entweder Teil von der Gameplay-Demo. So, übrigens hier, das ist die neue Star-Map. So, ganz am Rande. Würde gut zu CRG passen, dass ich das so ein bisschen auf Spaß als unwichtig erwähne. Aber obwohl es eigentlich super wichtig ist. Es kann aber auch sein, dass das hier einem anderen Panel viel besser passt. Nämlich eine Art Tools-Panel oder einem Mobi-Glas-Panel. Eine Art Panel, wo es darum geht, wie Scanning, wie die Star-Map und andere Features, Quantum Drive und Co. in Zukunft funktionieren sollen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ist lang in Arbeit, fast zweieinhalb Jahre. Das ist sehr lang. Mal gucken. Das kann gut sein. Auch dieses MFD-Rework zum Beispiel könnte da Teil davon sein. UI-Reworks generell. Naja, so eine Art technisches Panel könnte da eine Rolle spielen. So. Dann haben wir auch hier übrigens noch die Missions-Manager-App. Fast vergessen. Mobi-Glas-Rework. Wie ich gerade sagte, das hängt alles zusammen, auch mit der Star-Map, sehr gut möglich. Wie gesagt, dass das alles ein gemeinsames Panel ist. So. New Interdiction-Szenarios haben wir hier. Wir haben auch neue Missionen. Cargo-Hauling. Data Heist. Die haben wir schon im Spiel. Mining-Resource-Rush. Und so weiter. Package-Extraction. Da haben wir schon einiges dabei. Restoration-Contracts. Und so weiter. Es kann halt sein, dass sie eine Art Mission-Feature-Panel machen, wo sie über aktuelle und zukünftige Missionen für Star Citizen im Allgemeinen sprechen. Und dann eben diese ganzen Gameplay-Sachen, die sie hier eben schon am Arbeiten sind. Steel Recover Cargo-Missionen. Steel Evidence, die schon im 321 drin ist. Salvage-Contracts, die schon da sind. Das alles aufgreifen und so ein Missions-Panel machen. Was für Missionen erwarten uns? Wie werden die bestehen? Weitergehen. Und da könnte auch dann vom Anfang das Bounty-Hunter-Zeug mit reinrutschen. So. Dann geht's weiter mit, ja gut, Raumschiffe werden keine große Rolle spielen. Es wird ein neues Raumschiff geben bei der CitizenCon. Das ist quasi angekündigt. Wahrscheinlich was deutlich Größeres. Ich erwarte aktuell ein Capital-Schiff, aber mal sehen. Ob das Concept-Sales, ob das Flightway ist, weiß kein Mensch. Aber da kommt auf jeden Fall ein neues Schiff. Und dieses Schiff könnte ja und sollte auch eigentlich ein neues Gameplay sozusagen announcen. Was das ist? Ein Schimmer. Müssen wir uns wirklich gedulden. Also zu Raumschiffen kann ich euch da leider nicht allzu viel sagen. Ich denke auch nicht, dass irgendwie Base-Building eine Rolle spielt. Glaube ich nicht. Das ist noch so weit weg und wir wissen auch von Aussagen von CRG, dass Base-Building ist erst nach Pyro geplant. Also erst mit dem Nyx-System. Das ist noch eine ganze Zeit weg. Deswegen glaube ich aktuell nicht an Base-Building-Panels. Vielleicht ist es irgendwie mit dabei, aber wenn dann eher in einem technischen Panel. Vielleicht machen sie was Technisches, wo sie ihre Tools zeigen und sagen, guck mal hier, das ist übrigens das Base-Building-Tool, an dem arbeiten wir gerade. Und so geht das ungefähr. Das schon aber kein fertiges Base-Building. Mystische Schaden und Breakability, also das neue Schadenssystem, die neue Physik, die sie dafür gebaut haben. Da ist noch vieles mehr mit dabei. Neue Munitionstypen und so weiter. Das könnte eben Teil von so einem Technik-Panel sein. Oder auch Teil von diesen Ressourcen-Management- und Ingenieurs-Gameplay-Panel. Muss ich halt zeigen, was passiert denn, wenn dein Schiff Schaden bekommt in Zukunft. Aktuell geht die HP runter, das fällt ja sowieso weg, wissen wir schon. Was passiert mit der Hülle, was ist mit den Komponenten, was ist mit Energieleitungen und Rohrsystemen und so weiter. Und dass man das eben aufgreift und dann eben zeigt, wie der Ingenieur das dann fixen kann, verbessern kann wieder und so weiter. Den Schiffsstatus wiederherstellt. Dann haben wir hier nochmal das Thema Player Interaction und das Visor-Update für den Helm. Das ist wahrscheinlich Teil von diesem Interface-System, wo sie das zeigen, wo sie darstellen, okay, das ist ein neues HUD hier. Wir haben ja schon neue HUD-Elemente gesehen. Wenn ihr euch erinnert, in dem Monatsreport zum Beispiel vom Salvage UI, das ist auch neu gemacht worden. Also das ist einiges im UI-Bereich in der Mache und könnte eben in diesem technischen UI-Panel eine Rolle spielen. So, dann haben wir Pyro Space Stations. Wir haben die Quantum-Simulationen. Wir haben Pyro-System, Planet und Mission Setup. Jede Menge Pyro-Kram, der in der Mache ist und schon lange in der Mache ist, teilweise hier 143 Wochen, 137 Wochen, 143 Wochen, richtig lange, teilweise drei Jahre bald. Wo sie an Pyro und Pyro-technischen Sachen arbeiten. Und das ist für mich eben der große Part 4.0 und Pyro-Panel, wo sie eben nach Pyro reisen, da richtig Gameplay zeigen und wirklich mal zeigen, was man da eigentlich machen soll. Weil das wissen wir noch nicht. Wir haben bisher nur Locations gesehen. Wirklich Gameplay bisher fast gar nichts. Eine Mission mit diesem Artefakt mal, aber ansonsten gab es da ehrlicherweise noch nicht allzu viel. Wäre also eine gute Gelegenheit, um das Ganze eben auch mit Quantum noch einmal zu verbinden. Und zeigen, wie sie eben mit Piraten, mit Tradern, mit Security und so weiter das Universum bevölkern wollen. Es kann nämlich sein, dass diese Quantum-Simulation das Server-Mashing voraussetzt. Dass es nur mit Server-Mashing gut und performant läuft. Und wenn die 4.0 kommt und Pyro kommt, dann haben wir faktisch Server-Mashing und dann hätten wir auch damit Quantum. Vielleicht greifen sie es wieder auf. Es war lange still um Quantum geworden. Es ist ja im Spiel drin, aber in einer ganz geringen Fassung. Und es fehlt halt dieser ganze NPC-Simulationskram, den sie aber auch für das neue Bounty Hunter v2 brauchen. Stichwort virtuelle KI, die NPCs haben ihr eigenes Leben und so weiter. Wie weit das ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich denke, Quantum könnte auf jeden Fall Teil der Pyro-Demo sein oder ein eigenes Panel haben, wo es nur nochmal um Quantum geht. Wie jetzt der neueste Stand ist und wie das jetzt ins Spiel reinkommen soll. Ich erwarte nicht, dass das dann sofort kommt. Also nicht missverstehen. Das sind alles Dinge, die mit 4.0 oder mit 4.1 und so weiter dann Step-by-Step kommen sollen. So, dann haben wir das neue Rufsystem, was auch schon eine Weile in der Arbeit ist. Hostility, Sandbox-Triggers und so weiter und so fort. Shop-Discounts, also Rabatte, Reputation für Missionen, Reputation UI und so weiter. Da wurde auch einiges hier bearbeitet. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das besonders spannend ist, ehrlicherweise. Das Interessanteste an diesem Reputation-Kram ist letztendlich, dass du dauerhafte Konsequenzen hast. Also wenn du im Spiel böse bist und Leute abschießt, bekommst du ja sowieso Crime-Stat. Aber man will ja langfristige Konsequenzen haben. Also das heißt, du hast dann automatisch irgendwann einen negativen Ruf bei der Security. Kannst du ja nicht mehr blicken lassen. Und dann würde halt das Thema Quantum wieder aufkommen, wo dann zum Beispiel Folgendes passiert. Du hast einen negativen Ruf bei, sagen wir mal, bei Hurston. Du kommst in Reichweite eines Com-Arrays. Wirst aufgedeckt, dann spawnt dort KI und killt dich. Weil du halt ein Pirat bist. Das kann ich mir vorstellen, dass sie das so ein bisschen zusammenhängend machen. Also das sehe ich tatsächlich eher im Bereich von Quantum. Aber auch da müssen wir mal sehen, ob sie das so machen oder nicht. Hier ist nochmal das Ressourcenmanagement. Das Thema Ingenieurs-Gameplay, Reparatur-Gameplay, Pipapo. Das hängt alles zusammen. Ist halt noch lange hin. Aber es kann, sie haben ja schon mal eine Demo gezeigt. Es kann sein, dass sie hier mehr oder weniger das bald fertige System zeigen. Und sie haben ja auch schon geschrieben. Wenn Pyro kommt, wollen sie das Refueling interessanter machen. Refueling ist ein Teil von diesem Ressourcenmanagement, auch von Quantum übrigens. Das hängt also auch wieder alles ganz gut zusammen. Also man sieht ganz gut, dass hier mehrere Sachen wirklich wie die Faust aufs Auge passen und perfekt zusammenpassen. Die Frage ist halt, sieht das CRG auch so? Oder sehe nur wir das so? Oder sehe nur ich das so? Das könnt ihr immer mal in die Kommentare reinschreiben. So. Salvaging, das whole Munching, Vehicle Munching, das neue Salvage T2 quasi. Weiß ich nicht, ob sie da schon sehr weit sind. Es kann sein, dass das ein Teil von so einem Panel ist, wo sie über verschiedene Gameplay-Updates sprechen. Und das so eine Art große Sprint-Report machen. Das kann ich mir vorstellen. Wird man mal schauen. Also das sehe ich jetzt nicht als tragisch an. Das ist eher ein Update vom Salvaging. Das ist jetzt nicht zwingend was für die CitizenCon. Wobei es cool wäre. Mit der Reclaimer, mit der Klaue und so. Schauen wir mal. So. Das Sicherheitsnetzwerk ist vom Mission Feature Team hier. Da geht es eben auch um verschiedene Zugangsbeschränkungen für NPCs, für Spieler. Wo darf ich rein, wo darf ich nicht rein? Ich glaube nicht, dass das ein großes Panel wird. Und wenn überhaupt, dann könnte es in diesem Quantum-Bereich eine Rolle spielen vielleicht. Aber jetzt nichts besonders krasses. Sliding-Charakter-Stats wäre wieder ein Part von diesem Charakter. Und ja, wie sagt man, Interface-Ding. Ansonsten ist eigentlich, ja, nicht allzu viel mehr hier unten. Swimming wäre auch wieder Charakter. Das sind alles Dinge, die könnten sie eben in so einer Demo zeigen. Also das ist jetzt nichts, wo man erst ein eigenes Panel für macht. Oh, guck mal, wir können jetzt schwimmen. Sondern da sehe ich eher den Charakter in der Gameplay-Demo einfach mal schwimmen. Und dann sagen sie, guck mal hier, wir können jetzt auch schwimmen. Also das ist das quasi mit einbetten in eine andere Demo, wo es um wichtigere Sachen geht. So, unannounced Vehicle, jede Menge. Wer weiß, was es dann wird. Spannender Punkt ist noch, Underground Facilities. Da haben wir ja auch einen Hinweis schon bekommen, dass sie da was zeigen. Diese großen, ja, unterirdischen Industrieanlagen, diese riesigen, großen Mega-Bunker quasi. Da bin ich mir relativ sicher, dass sie uns das zeigen. Und vielleicht sogar in einem der nächsten Patches, den ersten davon liefern. Wir haben schon ein Bild gesehen von unserem Bunker auf Microtech. Gut möglich, dass da mal der Erste so langsam ins Spiel reinkommt. Traktorstrahlen für Fahrzeuge, die kommen bald. Die könnten auch ein Teil, ja, von der Game-Demo sein. Aber, glaube ich, eher weniger. Also da haben wir schon eine Menge von gesehen. Ich gehe davon aus, dass das meiste, was sie in den Inside Star Citizens gezeigt haben, nur eine Nebenrolle oder gar keine Rolle bei der CitizenCon spielt. In der Regel machen sie es immer so, dass sie da was ganz anderes zeigen, was sie bisher geheim gehalten haben, um uns auch zu überraschen. Was ja auch okay ist, irgendwie. Ein bisschen jedenfalls. So, und dann sind wir auch schon unten am Ende. Das heißt, die CitizenCon, um es mal zusammenzufassen, wird aus meiner Sicht aus insgesamt sechs Panels bestehen. Also sechs sage ich mal als voraus. Und dann schauen wir mal, ob ich damit halbwegs richtig liege. Ein Squadron 42 Panel, inklusive Vertical Slice, Gameplay-Demo und allem drum und dran. Also komplett nur Squadron 42. Zweitens ein Pyro-Panel, wo sie eben das Pyro-System bereisen, besuchen, Gameplay von Pyro zeigen und uns da mitnehmen. Und da eben auch verschiedene andere Fortschritte der Entwicklung zeigen. Ein technisches Panel, wo es um Server-Meshing geht, um den Replication-Layer, wo sie das ganze Thema Server-Meshing aufgreifen und damit auch die 4.0 so ein bisschen aufgreifen, wann das denn kommen könnte, wie der aktuelle Stand ist und uns da sozusagen ein bisschen mitnehmen auch, das technisch gut darstellen, gut animieren und so weiter. Ein Quantum-Panel, wo sie über das Quantum-System, virtuelle KI und deren Vorteile und diese ganzen dynamischen Universumsereignisse, ja, so ein bisschen alles aufgreifen und uns im gesamten Panel zeigen. Fünfter Punkt wäre ein UI- und Charakter-Panel, also wo sie den Charakter zeigen und diverse Dinge, die der Charakter sehen kann. Mobiglas zum Beispiel, neues Scanning-System, neue Star-Map, neue Quest-App und so weiter und so fort. Und, Nummer 6, ein generelles Gameplay oder, ja, sagen wir mal, Missions- und Gameplay-Panel, wo sie von Bounty Hunter V2 sprechen, neue Missionen allgemein im Spiel, neue Quest-Geber auch, vielleicht auch was von Pyro in der Richtung nochmal zeigen und, ja, auch bestehendes Gameplay versuchen dazu darzustellen, wie das sich weiterentwickelt. Stichwort Salvaging Tier 2 könnte dabei sein, aber auch andere Sachen. Das sind die sechs Dinge, die ich mir aktuell denke, die ich aus der Roadmap ableite. Es kann auch viel, viel mehr sein, es kann auch viel, viel weniger sein. Das werden wir dann alles gemeinsam erleben. Ich würde mich mal freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was ihr glaubt, was davon vielleicht kommen könnte, ob ihr dieser Einschätzung folgt oder ob ihr sagt, nee, sehe ich ganz anders, da kommt was ganz anderes. Oder ob ihr sagt, da kommt gar nichts. Achso, vielleicht noch ein siebtes Panel, ein Schiffspanel. Sie hatten bisher jedes Jahr ein Schiffspanel, wo sie über Raumschiffe gesprochen haben, Brewerks von Schiffen und, und, und. Ich denke, das wäre auch noch Teil der ganzen Show. Ich bin sehr gespannt drauf. Es wird auf jeden Fall interessant, da habe ich keinen Zweifel. Und sobald hier im Pocket Guide dieser Events Schedule da ist, werden wir es deutlich genauer wissen. Und ich hoffe aber trotzdem, dass diese Pre-Preview gefallen hat, dieses bisschen Glaskuh gelesen und dass ihr was damit anfangen konntet. Schreibt es gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns nachher gemeinsam im Stream mit dem großen Citizen Showdown. Ich freue mich drauf. Danke fürs Zuschauen oder fürs Zuhören. und bis nachher. Ciao, ciao. Zuhören. 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 Zuhören.